Willkommen zurück zur Erzählung der glorreichen Bauernrepublik Dithmarschen. Werden Stadt ist besetzt, einzig allein die Festung in Bremen hält hier noch unserer Belagerung stand. Und dementsprechend wird das jetzt auch zum Auftakt dieser Folge angegangen. Wir werden Johann Frese, unseren herausragenden Belagerungsanführer, mit unseren vier Kanonen oder mit unseren vier Kulverin-Regimentern nach Bremen schicken. Und das bringt mich auf eine Sache, die ich nochmal anmerken möchte. In der letzten Folge bin ich hier ganz rational wieder rangegangen, bin hier nur nach den Eigenschaften und Werten der Kanonen gegangen, habe das jetzt nochmal kontrolliert, aber im Grunde genommen die Kulverin ist einfach nur eine langläufige Kanone mit hoher Reichweite, aber geringer Schussgenauigkeit, entwickelt zwischen dem 16. oder während des 16. und 17. Jahrhunderts. Und die Pedreru ist eine eher leichte Kanone, die Steinkugeln abgeschossen hat, anstatt Eisenkugeln. Also dementsprechend ist hier kein relevanter Unterschied für das Rollenspiel. Dementsprechend können wir hier ja dann wirklich mal auf die Eigenschaften und Werte der Kanone achten und ich entscheide mich hier lieber für die langläufige Kanone. So, und die sind jetzt auf dem Weg nach Bremen, um dort die Belagerung zu unterstützen. Unterdessen ist ein Händler bankrott. Er hat es nicht, er hat es einfach nicht geschafft, könnten wir sagen, verlieren Handelsmacht in der Ostsee oder wir retten ihn für ein wenig, für wirklich wenige Dukaten und etwas diplomatische Macht, das machen wir. Unterdessen kann unser Syndikus Nikolaus Gisebert unsere übrige Armee anführen. Ich werde die jetzt hier nicht wegbewegen, weil, ja, wir sehen, wir sind jetzt hier auch schon bei 35% dank unserer Kanonen vor allem. Ja, mit diesen sieben bzw. insgesamt neun Regimentern zusammen mit Lübeck können wir hier nur wenig ausrichten. Die zwei Regimente hier unten können weiter in Frankfurt stehen. Vielleicht möchte Frankfurt ja mittlerweile auch schon Frieden schließen, aber nein. Aber dadurch, dass wir hier jetzt die ganze Zeit schon, Trier schloss, ein Militärbündnis mit Frankfurt, das ist okay. Dadurch, dass wir die ganze Zeit schon hier auf, ähm, oder in Frankfurt stehen, vor den Stadtmauern, erhöht sich die Kriegsmüdigkeit durch die Belagerung. Auch wenn sie nicht, äh, effektiv geführt werden kann, ja, erhört sich trotzdem die Kriegsmüdigkeit, was sich dann am Ende auf, äh, die Motivation zu einem Friedensschluss auswirkt. So, aber jetzt, warum ist hier die Prozentzahl wieder runtergegangen? Ah, unsere Kanonen haben Verschleiß erlitten, deswegen sind wir, haben wir nur noch den Bonus für drei Regimenterkanonen hier. Schade. Hm, ja, jetzt kann ich denen aber hier nicht entgegenziehen und helfen. Ich habe die Befürchtung, dass die sieben Regimenter der Braunschweig jetzt nach Frankfurt marschieren. Deswegen möchte ich mich mit unserer kanonlosen Armee hier doch schon mal auf Braunschweig stellen. Die Belagerung von Bremen ist gewonnen, hervorragend. So, das ermöglicht uns jetzt, einen Frieden mit, äh, Werden auszuhandeln. Denn ihr seht, ich habe hier schon mal Stade ausgewählt. Ähm, wir könnten Bremen fordern, wir haben Ansprüche auf Bremen und Stade. Stade haben wir ja durch diesen Grenzkonflikt während des Krieges beanspruchen können. Ja, wenn wir hier aber Bremen fordern, dann, ähm, haben wir, ja, führt das zu 23% weiterer, ähm, Überdehnung und bis zu 61% aggressiver Expansion. Und ihr seht, die Koalition, die sich daraufhin formiert, die ist riesig. Ähm, ja, also wir haben zwar gerade sehr wenig aggressive Expansion, aber, ja, wie gesagt, sie führt halt bis zu 61% aggressiver Expansion. Und wir sehen hier bei Geldern, die dann mit 50 noch knapp in der Koalition drin sind, die kriegen halt alleine schon minus 43% auf die aggressive Expansion. Also, das ist nicht drin, das können wir nicht machen. Das ist halt so hoch, weil, ja, Katholiken, äh, sich hier noch mehr bedroht sehen. Und es ist halt auch gar nicht Kriegsziel. Das schlägt hier auch nochmal zu Buche. Was wir fordern können, ist Stade. Und das machen wir auch. Und wir fordern auch, dass sie den Handelsanfluss an uns übergeben. Kriegsreparation fordern wir. Und wir fordern, was sie in der Staatskasse haben. Wir können noch sagen, dass sie den Bündnisvertrag mit R. Braunschweig und Münster auflösen sollen. Das wollen sie soweit aber nicht. Und ich denke, Braunschweig können wir ihnen lassen, Münster können wir ihnen nehmen. Das ist mir mehr wert als hier ein paar Dukaten. Forderung senden. Alles klar. Dann können wir hier in Stade auch direkt eine, oder Stade direkt zur Kernprovinz machen. Wunderbar. Jetzt sind die hier natürlich im Exil. Ja, Utrecht marschiert jetzt weiter in Richtung Utrecht, um die Gebiete zu befreien. Und unser komplettes Friesland ist hier auch besetzt. Das möchte ich angehen, bevor wir Braunschweig belagern. Teilen wir unsere Kanonen hier auch schon mal auf. Er sollte eine stabile Regierung geben. Ja, ganz meine Meinung. Lassen wir hier die Armeen schon mal weiter marschieren. Aber die Braunschweiger marschieren nicht nach Frankfurt. Sie besetzen lieber das durch die reformierten Fanatiker besetzte Westfalen. Mehrere der führenden Mitglieder der Regierung sind tief besorgt über einige Änderungen, wie das Reich regiert werden soll. Sie fordern einen Stopp dieser Reformen und eine Rückkehr zu unseren bewährten und vertrauten Traditionen. Natürlich lassen sie unerwähnt, wie sich diese Änderungen auf ihre eigene Machtbasis auswirken würde. Wir könnten die Abforderungen annehmen und etwas administrative Macht investieren oder ignorieren. Und da wir ja gerade wirklich Reformen erst durchgeführt haben und quasi die neuen Änderungen in der Politik so aussehen, dass wir ja fortschrittlich sind in unserem Gedanken, in unserem Regierungsverständnis und hier jetzt vor allem offensiv vorgehen, um jetzt erstmalig Bauern anderer oder unterdrückte Bauern wirklich aktiv zu unterstützen. sehen wir das jetzt gerade so als Punkt, der hier kritisiert wird und dementsprechend ignorieren wir sie. So, und in der Zwischenzeit ist unser Spionagenetzwerk in Münster auf 70 eingestiegen. Jetzt können wir hier auch mal gucken, welche Bauern wir unterstützen können. Wir könnten osnabrückische Nationalisten unterstützen, das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen hier die Bauern unterstützen mit 85 Dukaten. Wir unterstützen sie in Münster, Meppen und Klever. Aber, ja, das gefällt, für 5 Jahre ist dann die Chance erhöht, um 10% erhöht, dass sie, ja, Fortschritte in ihrem Aufstand erreichen. Bestätigen wir das? Das ist das Geld wert. Rational vielleicht nicht unbedingt, aber für unsere Sache. So. Die Braunschweige ziehen weiter, aber vor allem nicht die Besetzung von Westfalen. So, und langsam können wir hier Friesland und eben auch Oldenburg befreien. Und Neapel berichten vom Zeitalter, dass das Zeitalter der Condottieri endet. Die Kriege, die Italien verwüsten, führten zu einem Anstieg an Condottieri-Generälen, die die Dienste ihrer Söldnerarmeen verkauften. Jetzt, da sich der Konflikt zu einem umfassenden europäischen Krieg entwickelt hat, sind diese Condottieri für die militärischen Strategien der Großmächte weniger relevant geworden. Die Ära der Privatarmeen in Italien geht zu Ende. Die Lombardischen und Toskanischen Freien Kompanien können nicht mehr angeheuert werden. Die Teilnahme an italienischen Kriegen gewährt keine Söldnerboni mehr. Okay, ja, wir haben ja auch in der letzten Folge schon gesehen, dass Florenz, Venedig, der Kirchenstaat hier in, ja, recht großen, Italien-übergreifenden Kriegen verwickelt waren. Ja, hauptsächlich mit Ungarn und Österreich. Ja, aber interessant, dass Neapel davon berichtet, kurz bevor sie, ja, in Kastilien integriert werden. Das, äh, mehr zu sagen hat. Hier, Aragon hat auch schon einen Fuß, ähm, hier in Afrika, in den Berberstaaten. Und das Osmanische Reich hält weiter die Füße stillen. Nun, Dänaspaltikum ist komplett von den Rebellen besetzt. Novgorod wird gerade von adeligen Rebellen besetzt. Naja, aber wir haben hier unseren eigenen Krieg zu kämpfen. Um den wollen wir uns hier kümmern. Und unsere Armeen hier wieder langsam zusammenführen. Okay, hier kann sich bitte, äh, angeschlossen werden. Okay, wir haben wieder einen Handelsschutzkriegsgrund gegen Dänemark. Okay. So, und Gossela zieht jetzt hier aus Utrecht ab. Und dadurch, dass Utrecht jetzt nicht mehr belagert wird, wird von dieser Festung aus auch bald wieder Kontrolle über Geldern hergestellt werden. Und Zelle wird belagert. Und hier fangen wir gleich mal die Armee von Gossela ab. Unsere drei Regimenter ziehen bitte noch direkt hinterher. Sehen wir hier langsam den Kontrollzuwachs über Geldern. Okay, aber sie ziehen alle Regimente aus Zelle jetzt ab. Sehr interessant. Frankfurt versucht es jetzt zu besetzen. Nun gut. Aber dann stellen wir die Braunschweige in den Frieslanden. Nun, die stehen ja gleich mit elf Regimentern. Wo ist denn die, ah, die Utrechtische Armee marschiert hier Richtung Frankfurt? Oder befreien sie Oberhessen? Ja, sie befreien Oberhessen. Aber wir werden vielleicht gleich von den zwei lübschen Regimentern hier verstärkt. Nee, sie kommt nach Osnabrück. Okay. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ja, nach Oldenburg marschieren, bevor das wieder belagert und besetzt ist. Ich würde auch gerne den Monatstick hier abwarten. Können wir hier schauen, wann ist das denn beendet? In 18 Tagen ist die Belagerungsphase beendet. Wir brauchen ja vier Tage, um uns hier hin zu bewegen. Dementsprechend können wir noch den Monatstick abwarten, dass wir erst im März ankommen. Genau, das machen wir. Damit können wir noch hier diesen Mühe an Moral regenerieren, wobei das ist gar nicht immer so wenig. Das sind 0,4 Moralpunkte. Die werden hier wahrscheinlich schon entscheidend sein. Nikolaus Giesebert, unser besserer Armee-Anführer. Zumindest für die Schlachten wird uns hier ins Feld führen. Es wird eine knappe Angelegenheit werden. Haben jetzt aber auch noch Armee-Verstärkungen erhalten. Ja, und wir sehen, der Moral-Tick war wichtig, damit wir jetzt moralisch überlegen sind. Und die Braunschweiger haben eine um 2% bessere Disziplin, weil deren Regent streng ist. Aber wir können uns hier durchsetzen. Aber die Frankfurter kommen noch zur Verstärkung. Aber kommen sie rechtzeitig an? Ah, und Utrecht kommt aber auch. Die Frankfurter sind rechtzeitig gekommen. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass die Utrechter hier noch dazugekommen sind. Und Köln kommt auch noch mit dazu. Ja, aber das ist hier jetzt alles in trockenen Tüchern. Eine sehr knappe Angelegenheit und eine jetzt doch ziemlich groß gewordene Schlacht, die hier in Oldenburg tobt. Hervorragend, bringt uns 5-Kriegsstand. Einiges an Armeetradition. Etwas Prestige, hervorragend. Ja. Und insgesamt hat Braunschweig hier auch mehr Soldaten verloren. als wir, wobei die Verluste an der Kavallerie ziemlich gleich schwer sind. Und Nikolaus Giesebert, unser Syndikus, ist rücksichtslos geworden. Verbessert den Schaden des Fernkampfes, den die Regimente unter seiner Führung hier austeilen. Das ist schön. Und ich denke, wir können... Oh, wir sollten vielleicht bald... Sollten wir? Nein. Vor den reformierten Fanatikern müssen wir Köln nicht aktiv beschützen. Ziehen wir hier einmal nach Frankfurt. Direkt nach Goslar kommen wir leider nicht. Da müssen wir vorher erstmal Braunschweig die Festungen besetzen. Und ich schätze, die Braunschweiger ziehen sich auch nach Goslar zurück. Ich möchte erstmal Frankfurt rausnehmen. Wenn wir hier einmal ins Handelsfenster reingucken, sehen wir halt auch... Aber möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn wir von den Handelsmachtübertragenen verlangen, können sie das direkt an unseren Heimathandelshafen weiterleiten. Das wird sich dann schon bezahlt machen. Und Goslar marschiert hier jetzt aber auch direkt wieder weiter. Ah. Die werden ihre Regimente aber auch immer wieder neu aufstellen, um die Frieslande hier besetzen zu können. Deswegen so eine Festung hier in den Frieslanden wäre eigentlich noch sehr angemessen. Und marschieren sie hin. Nach Lüneburg. Fassen wir hier aber jetzt mal unsere Regimenter zusammen. Vorher möchte ich hier von Aaba bitte einmal die Kavallerie abspalten, bis die unseren Fräse abholt, damit der die Belagerung dann anführen kann. Hamburg wird wieder belagert. Aber vorher scheinen sie jetzt doch noch Zelle besetzen zu wollen. Kaufen wir uns hier oder forcieren wir einen Artillerieangriff? Eigentlich haben wir nicht unbedingt die militärische Macht dafür so gerade mal übrig. Nee, da möchte ich nicht rein investieren. Und der Waffenstillstand mit Baden ist beendet. Da kommt Frankfurt gleich noch zu Hilfe, aber mit auch niedriger Moral. Und ich dachte, die Kölner laufen direkt hier mit rein, aber tun sie nicht. Sind erst noch mal nach Hoja marschiert. Kommen sie noch rechtzeitig an. Der Gelände Marlus tut hier natürlich der Utrecht'schen Armee weh. Und Handelsbeziehungen mit Baden sind beendet. Die Händler aus Baden werden sicher heute Nacht froh locken. Wir müssen kein Handel mehr an uns übertragen. Ja. Und unsere Händler werden etwas geknickt sein. Ah, das ist knapp, vor allem wenn hier Goslar noch rein marschiert. Kommen sie rechtzeitig an. Ah, die Schlacht ist verloren. Ja, an dem Tag, als die Truppen hier jetzt noch zerzogen sind in die Schlacht, haben sie sich wahrscheinlich zurückgezogen. Magdeburg wird hier auch von Rebellen auseinandergenommen. 744 Tage standen jetzt unsere Truppen in Frankfurt. Und hauptsächlich vor Frankfurt. Das ging jetzt aber insgesamt doch sehr schnell. Und ziehen wir hier den Braunschweigern entgegen. Jetzt werden sie aber definitiv einem Frieden zustimmen. Und wir könnten hier die Religion erzwingen. Und das werde ich auch gerne machen. Das ist mir wichtiger, als den Handel zu übertragen. Und Kriegsreparation können wir dazu fordern. Das ist insgesamt sehr attraktiv. Wir können... Lassen wir das mal sein. Auch das Bündnis mit Münster aufkündigen lassen. Es schwächt hier unsere katholischen Nachbarn. Und ein bisschen Dukaten können wir trotzdem noch nehmen. Okay, senden wir diese Forderungen. Entscheidender Sieg über Frankfurt. Sehr schön. Und jetzt ist diese Reichsstadt auch protestantisch. Aber unsere Truppen sind exiliert. Hätte ich warten sollen, bis sie in Oberhessen angekommen sind. Das ist jetzt wieder sehr bitter. Aber dafür können wir unsere eigene Provinz in Celle hier beschützen. Auch wenn wir hier einen dreifachen Malus haben, Aua. Einen doppelten Überquerungs-Malus und den Gelände-Malus. Das tut jetzt doch sehr weh. Da fahren wir hier unnötig viele Verluste ein. Sind hier dramatisch überlegen gewesen. Aber trotzdem konnten sie 1100 unserer Soldaten hier töten. Das war sehr bitter. Aber Nikolaus Gieselbert hat doch auch einen 5er-Manöver-Wert. Dass der hier trotzdem den doppelten Überquerungs-Malus bekommt. Ah, bitter. Ja, wir können mal schauen, wohin die Braunschweige jetzt ziehen. Sie ziehen nach Werden. Fangen wir sie hier irgendwo noch ab. Wenn wir hier rüber marschieren, dann kann Braunschweig den Überquerungs-Malus bekommen. Deswegen brechen sie die Bewegung ab. Und wir können jetzt hier den Überquerungs-Malus bekommen. Und schauen, was wir machen, wenn wir nach Lüneburg marschieren. Jetzt kommen wir aber später an. Das möchte ich hier nicht riskieren. Jetzt mal soll bitte unsere volle Armee-Stärke und die Moral wiederhergestellt werden. Ja, und Köln und Utrecht und Lübeck marschieren jetzt gemeinten hier nach Braunschweig. Schön. Dann können wir hier hinterherziehen, um die Braunschweiger Armee zu zerschlagen. Ja, Gossela wagt sich hier wieder aus ihrem Territorium heraus. Ja. Jetzt ist unsere Bewegung geblockt. Die hatten sie doch eben nicht mehr bekommen. Ah, wir kriegen aber nicht den Überquerungs-Malus. Gott sei Dank. Also beim Fünfer-Manöverwert kann man auch damit rechnen, dass man den nicht bekommt. Ja. Zumindest im Nahkampf gleicht sich unsere überlegene General mit dem Geländenachteil aus. Würfel sind jetzt gerade gleich in dieser Kampfphase. Da hatten wir um sieben höheren Würfel. Schlachtenglück hat hier jetzt zum Sieg in Hoja geführt. Und jetzt können wir hier einmal die Belagerung abspalten und verfolgen die Braunschweiger, die sie hier nach Werden zurückziehen. Und da können wir jetzt komplett aufreiben. Die Armee hat sich aufgelöst. Und die in Hannover wird sich jetzt ja, diese 100 Mann, die hier noch stehen, diese 140, ja, die sind jetzt auch ja, haben sich quasi direkt ergeben. Anders kann man es nicht sagen. Wir können hier schon mal die vier Kanonen wieder abspalten. Und sobald hier Hannover besetzt ist, führen wir sie mit äh, einer Fräse an der Spitze nach Braunschweig über. Und ja, die gosselarische Armee traut sich hier jetzt doch nicht mehr raus. Ja, und dieser Krieg neigt sich jetzt dem Ende entgegen. So, zum Ende dieser Folge sollen jetzt, okay, Braunschweig-Schloss Frieden mit Köln, die schließen Weißen Frieden, und gut, mit diesen Ereignissen, die jetzt aber nicht mehr kriegsentscheidend sind. Und ich bin aber dann noch gespannt, ob in der nächsten Folge, ähm, Köln hier vor den, ja, ähm, ob die erdbischofliche Garde von Köln, ähm, hier noch gegen die reformierten Fanatiker bestehen kann, die hier mit, ja, 50% Kavallerie in ihrer Armee aufwarten. Ob sie vor den reformierten Fanatikern hier einknicken und auch kollabieren, wie es Werden gegenüber den protestantischen Fanatikern getan hat, oder ob Köln hier weiter, ja, katholisch bleibt. Mittlerweile haben wir eine hohe Kriegsmüdigkeit, ja, schon bei 5, ja, aber lange wird dieser Krieg nicht mehr andauern. Wie lange er noch andauern wird, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. 16 17 17 Untertitelung des ZDF, 2020